hallo freunde wie geht euch also ich wollte euch noch mal sagen dass morgen game kommt also bleibt gespannt ich habe zum beispiel in minecraft ich werde dir alles dann sehen ich zeig euch dann alles okay und das war schon mit mit dem video ist ein kleines video geworden also ich freue mich über eine kostenlose bewertung und die glocke aktivieren dass sie immer benachrichtigt werden wenn ich ein neues video hochlade und ein leichter lassen darüber würde ich auch und netten kommentar schreiben dann tue vielleicht ein herzchen machen vielleicht bis morgen freunde